Jetzt Jura-Studium, Yada Karabas hat ihr Abi bestanden. Für Yada Karabas, 18, startet ein neuer Lebensabschnitt. Die junge Frau wurde bekannt als Tochter der Goodbye-Deutschland-Auswanderin Daniela Büchner, 45. Sie lebt mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern auf Mallorca. Ihre Mama arbeitet als Influencerin und TV-Gesicht. Doch will Yada in ihre Fußstapfen treten? Offenbar hat sie ganz andere Pläne. Yada machte jetzt nämlich ihr Abitur und hat vor, ein Studium zu beginnen. Yada hat ihr Abitur bestanden. Glückwunsch, liebe Yada, gratulierte das Team von Goodbye-Deutschland, der Brünetten auf Instagram. Du kannst wirklich stolz auf dich sein. Jetzt startet die Studienzeit. Ein neues Kapitel, hieß es weiterhin. Was die 18-Jährige jetzt genau vorhat, ist unklar. Gegenüber Bild deutete die Tochter von Dani jedoch Ende vergangenen Jahres an, dass sie gerne Jura studieren möchte. Um diesen Traum zu verwirklichen, müsse Yada von Mallorca in die spanische Hauptstadt Madrid ziehen und ihre Familie zurücklassen. Doch was sagt Dani zu dem großen Vorhaben ihrer Tochter? Mama unterstützt mich in allen Plänen. Selbst wenn der Plan ist, die Insel zu verlassen, weiß Yada. vs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017